Der Kosmos hat wieder Großes mit uns vor. Ein mystischer Neumond, neue Impulse für unsere Beziehungen und der endgültige Übergang von Pluto in den Wassermann stehen im November auf dem Programm. Außerdem wird Merkur rückläufig und lässt uns manches in einem neuen Licht sehen. Wie sich das alles auf euer Sternzeichen und euren Aszendenten auswirkt, darum geht es im großen Monatshoroskop für den November. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast zum großen Monatshoroskop im November 2024 für die zwölf Sternzeichen. Die Timecodes, die euch direkt zu eurem Sternzeichen führen, findet ihr in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Bitte scrollt dazu bis ganz unten unter den Horoskope-Shop. Bevor wir einsteigen, habe ich aber noch ein paar wichtige Infos, ein Gewinnspiel und eine Rabattaktion für euch. Es geht ja jetzt aufs Jahresende zu. Und ich habe euch in meinem letzten Livestream zur Sonnenfinsternis schon davon erzählt, dass ich dieses Jahr leider kein Jahrbuch für 2025 schreiben kann. Denn die Sonnenfinsternis hat auch bei mir persönlich einiges verändert. Ich habe in dem Livestream ganz offen darüber gesprochen. Falls euch das interessiert, schaut doch da gerne nochmal rein. Der Livestream ist sowieso spannend für euch, weil ich dort für alle Sternzeichen bzw. Aszendenten gedeutet habe, welche langfristigen Veränderungen die Sonnenfinsternis bringen kann. Ihr Einfluss wirkt nämlich noch bis zu neun Monate. Ich verlinke euch das Video unten in der Videobeschreibung und den Shownotes. So viel kann ich euch jetzt schon mal verraten. Das neue Jahr wird unfassbar spannend, denn drei große kosmische Player werden das Zeichen wechseln. Erst der spirituelle Neptun, dann Businessplanet Saturn und schließlich der innovative Uranus. Das sind super wichtige Planeten, die globale Trends anzeigen. Und wenn die das Zeichen wechseln, dann gibt es enorme Veränderungen und Transformationen. Das ist eine unfassbar kraftvolle kosmische Energie, die uns regelrecht in die Zukunft katapultieren wird. Aber letztendlich bleibt ja immer die Frage für jeden Einzelnen, wie sieht es für mich aus in meinem persönlichen Leben? Die ewigen Fragen, wie es in der Liebe läuft und ob ich beruflich und finanziell klarkomme, die bleiben bestehen. Und Antworten auf diese Fragen könnt ihr erhalten. Denn dafür gibt es die persönliche Jahresvorschau. Darin erfahrt ihr nicht nur kompakt und übersichtlich für die nächsten zwölf Monate gegliedert, welche Aussichten ihr in der Liebe und im Beruf habt, sondern ich deute darin auch euer aktuell gültiges Geburtstagshoroskop, das sogenannte Solar. Das gibt nämlich Auskunft über eure seelische Motivation und wichtige Lebensthemen, die für euch anstehen. Das alles bekommt ihr jetzt bis zum 22. November mit 10% Rabatt mit dem Gutscheincode STERNE25. Folgt einfach dem Link hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes, um eure persönliche Jahresvorschau zu erhalten. Und für alle, die sich für die globalen und finanziellen Trends interessieren und vielleicht auch selbst wissen möchten, wie sie ihr Geld am besten anlegen sollten, gibt es das Buch von meinem lieben Mann Ray Merriman. Er ist amerikanischer Wirtschaftsastrologe und blickt für euch in die Zukunft, basierend auf jahrzehntelange Erfahrung und vielen astrologischen und finanziellen Studien. Das Buch ist ein unentbehrlicher Ratgeber für alle, die ihr Geld sicher und gewinnbringend anlegen wollen. Und ihr erfahrt darin auch alles über die wichtigsten gesellschaftlichen Trends für 2025. Das Buch gibt es jetzt noch zum Subskriptionspreis auf Deutsch und Englisch und ich verlinke euch das alles unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Also, so seid ihr gut aufs neue Jahr vorbereitet. Kommen wir jetzt zum Gewinnspiel des Monats. Hier ist erstmal unsere glückliche Gewinnerin aus der Verlosung im Oktober, und zwar Monika Sekoriana. Vielen Dank für dein wunderschönes Feedback, das ist mir richtig zu Herzen gegangen. Herzlichen Glückwunsch, du hast eine persönliche Jahresvorschau gewonnen. Bitte schreib uns eine Mail unter service-at-antonialangsdorf.com mit deinen Geburtsdaten und dann ist die Vorschau auch schon unterwegs zu dir. Und das ist unser November-Gewinnspiel. Diesmal verlose ich mein Flagship-Produkt, das beliebteste überhaupt, nämlich das Geburtshoroskop als PDF mit der Deutung all eurer persönlichen Planeten, sensitiven Punkte und Aspekte inklusive Lilith und Chiron. Mitmachen können alle, die meinen Kanal abonniert haben oder jetzt neu abonnieren und vergesst auch nicht, das Benachrichtigungsglöckchen zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Eine winzig kleine Sache wäre mir auch noch wichtig. Postet mir bitte einen netten und konstruktiven Kommentar, zum Beispiel, ob meine Vorhersagen euch nützlich sind und zutreffen. Noch mehr Infos zu meinem Service und den direkten Link zum Abo gibt es am Ende dieses Videos im Service-Teil. Gleich kommen wir zu den Sternzeichen. Vorher noch der Hinweis, dass ich die ganzen Konstellationen und die kosmische Schwingung jetzt immer in meinen Wochenhoroskopen deute. Da erfahrt ihr genau, welche Energie in der Luft liegt, was uns Neumond und Vollmond bringen und welche Planeten das Zeichen wechseln und damit auch die allgemeine Stimmung beeinflussen. Schaut doch mal rein. Immer freitags kommt das neue Wochenhoroskop für die darauf folgende Woche. Jetzt sind wir auch schon soweit und können mit den Sternzeichenhoroskopen starten. Wenn ihr euch darin gar nicht wiederfinden solltet, dann schaut auch beim Zeichen eures Aszendenten. Und wenn ihr euch auch darin nicht wiederfindet, dann käme für euch ein PDF-Horoskop in Frage, was direkt auf eure individuellen Geburtsdaten abgestimmt ist oder auch eine Beratung. Oder ihr kommt zu mir in die Community, denn da könnt ihr mit mir und meinem Team jederzeit Fragen zu eurem Monatshoroskop diskutieren, was es für euch bedeutet und was wirklich auf euch zutrifft. Alle diese Services sind unten in der Videobeschreibung und den Shownotes verlinkt. Mein Ziel ist es, dass ihr die bestmögliche astrologische Versorgung habt und die für euch besten und passendsten Informationen bekommt. Los geht's jetzt mit euren Aussichten für den November. Ich wünsche euch fabelhafte Erkenntnisse und wir beginnen wie immer mit den Wittergeborenen und Witteraszendenten. Hallo, ihr wundervollen Wittergeborenen und Witteraszendenten. Wundert euch nicht, wenn euch der Sinn nach Abenteuern steht, sei es in der Liebe oder bei einer Reise in die Sonne, um am liebsten dem Novemberwetter zu entfliehen. Dabei würden euch die Sterne auch unterstützen, vor allem in der ersten Monatshälfte, also nur zu, wenn ihr es einrichten könnt. Was diesen Monat sonst noch wichtig ist, schauen wir uns gleich an. Wenn ihr darüber hinaus wissen wollt, wie es für euch weitergeht, dann habe ich hier noch einen heißen Tipp für euch. Möchtet ihr wissen, wie 2025 die Sterne für euch stehen? Dann ist die persönliche Jahresvorschau als PDF genau richtig für euch. Hier erfahrt ihr, was euch in Liebe, Beruf und eurem inneren Wachstum erwartet. Ich deute auch euer Solarhoroskop. Das gibt euch wertvolle Einblicke in eure seelische Motivation und die kommenden Lebensthemen. Das alles bekommt ihr jetzt bis zum 22. November mit 10% Rabatt und der Gutscheincode ist STERNE25. Folgt einfach dem Link hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes, um eure persönliche Jahresvorschau zu erhalten. Es würde mich nicht wundern, wenn ihr verliebt oder zumindest mit einem prickelnden Abenteuer im Auge in den Monat startet. Das lange Wochenende mit Halloween wirkt sehr anregend auf euch. Aber könnt ihr es euch finanziell auch leisten? Das fragt euch der Neumond im Skorpion am 1. November auf eurer Werteachse. Einige Widder juckt es bestimmt, jetzt Geld für eine spontane Idee auszugeben. Aber achtet auf jeden Fall auf euer Budget. Und innerlich könnt ihr euch ja mal mit Wertefragen und Glaubenssätzen zum Thema Geld und Wohlstand beschäftigen. Vielleicht könnt ihr zu Neumond hier Ballast abwerfen, der euch daran hindert, Geld in euer Leben zu ziehen. Danach kommt kosmischer Rückenwind auf. Zunächst durch Merkur im Schützen, der euer Denken optimistisch macht. Und dann geht's richtig vorwärts. Denn ab dem 4. November marschiert euer Herrscher Mars in den feurigen Löwen und bringt euch Schwung und Durchsetzungskraft bis Dezember. Ob Sport, Outdoor-Aktivitäten, euer Hobby oder Spaß mit euren Kindern, nutzt jede Gelegenheit, um aktiv zu werden und schöne Dinge zu unternehmen. Und wenn ihr liiert seid, werdet ihr wahrscheinlich merken, dass auch die Lust auf Kuscheln und Erotik steigt. Gleichzeitig verwöhnt euch noch bis zum 11. November Venus mit schönen und abenteuerlichen Liebesimpulsen. Also nutzt die Zeit. Danach wandert die Liebesgöttin weiter in den nüchternen Steinbock, in euer Karrierehaus. Und so ist die zweite Monatshälfte wahrscheinlich mehr geprägt von beruflichen Begegnungen und Meetings. Und wenn ihr was zu präsentieren habt, könnt ihr euch im besten Licht darstellen. Pflegt jetzt auch eure guten Kontakte. Das bringt euch auf jeden Fall mehr als der Versuch, Dinge im Alleingang zu erledigen. Der Vollmond im Stier am 15. November aktiviert erneut eure Werte und Finanzthemen und bietet euch nochmal die Gelegenheit, sich damit auseinanderzusetzen, ob ihr euch innerlich oder äußerlich reich fühlt und ob es euch gelingt, Geld anzuziehen. Ihr könntet zum Beispiel ein Ritual für Reichtum und Fülle durchführen. Es kann allerdings rund um diesen Vollmond zu finanziellen Überraschungen kommen. Deshalb passt gut auf euer Geld auf und bleibt konservativ. Die Phase hält noch etwa an bis zum 19. November. Und das ist ein besonderer Tag. Dann nämlich geht Pluto endgültig in den Wassermann. Für euch ist das eine gute Nachricht. Dort steht er günstig für die Widder. Und so werdet ihr vielleicht im Laufe der Jahre mehr und mehr einflussreiche und wichtige Leute kennenlernen oder vielleicht sogar in die Politik gehen. Ebenfalls eine gute Nachricht ist, dass die Sonne am 21. November in den Schützen geht und euch für vier Wochen mit Aufbruchstimmung und Optimismus versorgt. Trotz der dunklen Jahreszeit. Behaltet nur im Hinterkopf, dass am 26. November der Merkur rückläufig wird und schaut, dass ihr wichtige finanzielle Entscheidungen vorher klärt. In diesen Tagen und bis zum Monatsende könnte es auch beruflich zu Anspannungen kommen. Vielleicht durch einen Flirt im Büro, der als unangemessen empfunden wird. Achtet drauf, dass eure Integrität gewahrt bleibt und dass ihr richtig verstanden werdet. Das waren eure Tendenzen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr verlässlichen Stiergeborenen und Stieraszendenten. Der November bringt euch viele kuschelige Stunden mit eurem Schatz und für alle Singles tolle Flirtmöglichkeiten. Auch beruflich stehen wichtige Veränderungen bevor, die euch in den nächsten Jahren beschäftigen werden. Schauen wir uns das gleich näher an. Vorher möchte ich euch noch meine aktuelle Rabattaktion ans Herz legen und da geht es um eure Zukunft. Möchtet ihr wissen, wie 2025 die Sterne für euch stehen? Dann ist die persönliche Jahresvorschau als PDF genau richtig für euch. Hier erfahrt ihr, was euch in Liebe, Beruf und eurem inneren Wachstum erwartet. Ich deute auch euer Solarhoroskop. Das gibt euch wertvolle Einblicke in eure seelische Motivation und die kommenden Lebensthemen. Das alles bekommt ihr jetzt bis zum 22. November mit 10% Rabatt und der Gutscheincode ist STERNE25. Folgt einfach dem Link hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes, um eure persönliche Jahresvorschau zu erhalten. Gleich zu Jahresbeginn am 1. November haben wir einen transformativen Neumond in eurem Partnerhaus Skorpion. Wer hier eine neue Richtung in bestehenden Beziehungen einschlagen oder eine neue Beziehung in sein Leben ziehen möchte, sollte unbedingt mit der Energie des Neumonds arbeiten. Ihr könnt jetzt den Samen setzen, wie sich eure Beziehungen in den nächsten Monaten entwickeln sollen. Visualisiert doch mal in einer Meditation zum Neumond euer Leben in euren Beziehungen und überlegt euch, wie ihr sie gestalten wollt. Das können romantische, freundschaftliche oder wichtige geschäftliche Beziehungen sein, etwa zu eurem Chef. Bereits einen Tag später könnten eure Gespräche verbindlicher werden. Ihr solltet den Schwung der ersten Novembertage mitnehmen, denn zur Monatsmitte baut sich ein Spannungsfeld zwischen eurem privaten und eurem öffentlichen Leben auf. Es kann sein, dass ihr in beiden Bereichen stark gefordert seid und es zunächst niemandem recht machen könnt. Vielleicht habt ihr zu Hause gerade ein großes Renovierungsprojekt laufen und gleichzeitig fordert euer Chef, dass ihr bei der Neustrukturierung der Abteilung mit vollem Einsatz dabei seid. Das spürt ihr besonders, wenn ihr in den ersten Tagen der Stiersaison Geburtstag habt oder wenn euer Aszendent ganz Anfang Stier steht. Glücklicherweise schenkt euch Liebesgöttin Venus ab dem 11. November unterstützende Energien. Das ist nicht nur günstig für die Liebe, vor allem für eure verbindlichen Beziehungen, sondern es hilft euch auch, mit dem Stress umzugehen. Am 15. November haben wir dann den wichtigsten Vollmond des Jahres für euch in eurem Zeichen. Dieser wird besonders interessant, wenn eure Sonne oder andere wichtige Planeten in den letzten fünf Graden des Stiers stehen. Dann werdet ihr die Energie des Vollmonds besonders stark spüren. Auch hier geht es wieder um eure Beziehungen. Aber diesmal liegt der Fokus auf euch selbst und darauf, wie ihr euch in eure Beziehungen einbringt. Die Frage nach eurem Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität auf der einen Seite und eurem Freiheitsdrang auf der anderen Seite wird aktiviert. Achtet darauf, dass es rund um den Vollmond nicht zu Konflikten oder vorschnellen Entscheidungen kommt, besonders in Bezug auf eure Gegenüber. Den großen finalen Wechsel von Pluto im Wassermann erleben wir dann am 19. November. Und für die nächsten kaum vorstellbaren 20 Jahre wird er in eurem Karriere- und Öffentlichkeitsbereich unterwegs sein und euch dabei helfen, einen völlig neuen Weg für eure Seele einzuschlagen. Nach und nach werdet ihr lernen, Karriere und Öffentlichkeit anders wahrzunehmen und zu leben. Am 21. November wechselt die Sonne in den optimistischen Schützen. Für euch kann es jetzt verbindlicher werden. Vielleicht habt ihr in den letzten Wochen jemanden kennengelernt und merkt, dass da mehr dahinter steckt als nur lockere Flirterei. Aber achtet darauf, dass es nicht zu Missverständnissen kommt, denn jetzt wird auch Merkur rückläufig. Nicht, dass ihr ein schönes Date verpasst, weil ihr euch Uhrzeit oder Datum falsch notiert habt. Das waren eure Tendenzen für den November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr kommunikativen Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten. Ihr seid im November in euren Abläufen und Routinen wahrscheinlich ziemlich eingespannt und habt viel zu tun. Aber Romantik und Flirt kommen trotzdem nicht zu kurz. Ende des Monats wird dann euer Herrscher Merkur rückläufig und das ist für euch immer eine besonders intensive Phase. Gleich schauen wir uns das näher an, doch vorher habe ich noch einen Tipp für euch. Da geht es um das neue Jahr und das wird wohl für euch besonders interessant. Möchtet ihr wissen, wie 2025 die Sterne für euch stehen? Dann ist die persönliche Jahresvorschau als PDF genau richtig für euch. Hier erfahrt ihr, was euch in Liebe, Beruf und eurem inneren Wachstum erwartet. Ich deute auch euer Solarhoroskop. Das gibt euch wertvolle Einblicke in eure seelische Motivation und die kommenden Lebensthemen. Das alles bekommt ihr jetzt bis zum 22. November mit 10% Rabatt und der Gutscheincode ist STERNE25. Folgt einfach dem Link hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes, um eure persönliche Jahresvorschau zu erhalten. Der neue Monat beginnt für euch direkt mit dem transformativen Neumond im tiefgründigen Skorpion. Für euch ist das eine großartige Gelegenheit, eine neue Diät oder Sportroutine in eurem Alltag zu integrieren. Solltet ihr gesundheitliche Probleme haben, dann verbindet euch in einer Meditation mit der Energie des Neumonds, um die verborgenen emotionalen Themen hinter eurer Erkrankung zu entschlüsseln. Gleichzeitig könnt ihr das Universum um Energie zur Heilung oder um einen Weg in ein gesünderes Leben bitten. Was eure Beziehungen angeht, bekommt ihr einen großen Kommunikationsschub, der deutlich länger anhält als sonst, weil Kommunikationsplanet Merkur Ende November rückläufig wird. Zuerst stehen die Sterne jedoch auf Flirts und Spaß. Wer jemand Neues kennenlernen möchte, hat im November tolle Gelegenheiten dazu. Geht auf jeden Fall auf Flirt-Events. Ihr seid super kommunikativ und es fällt euch leicht, mit neuen Leuten in Kontakt zu kommen. Auch die Vergebenen unter euch werden spaßige und interessante Gespräche mit ihren Liebsten führen. Die eine oder andere flirtige Nachricht sollte auf jeden Fall dabei sein. Besonders wenn es auf die Monatsmitte zugeht, könnte es in euren Beziehungen auch etwas ernsthafter werden. Neben der Romantik geht es jetzt auch um enge Freunde und wichtige geschäftliche Kontakte in eurem Leben. Der Ton kann verbindlicher werden und ihr profitiert davon, wenn ihr es schafft, die Balance zwischen Spaß und Ernst zu halten. Am 15. November haben wir den Vollmond im naturverbundenen Stier. Und es wäre eine großartige Idee, euch mit eurer spirituellen Seite und, wenn möglich, mit der Natur zu verbinden. Es kann sein, dass ihr rund um den Vollmond das Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug verspürt und euch ein wenig ausgelaugt fühlt. Nehmt euch bewusst Zeit für Stille, denn der Kosmos kann euch wichtige Botschaften durch eure Träume senden. Am 19. November erleben wir dann einen der größten energetischen Wechsel des Jahres, wenn Pluto endgültig in den Wassermann geht und dort für die nächsten 20 Jahre sehr günstig für euch steht. In euch wird der Wunsch geweckt, die Welt und vielleicht sogar das Universum neu zu entdecken. Pluto wird euch helfen, neue philosophische Ideen in euren Alltag zu integrieren und es gibt kaum etwas, das Zwillinge Geborenen und Zwillinge Aszendenten mehr begeistert als Wissen und Informationen. Am 21. November abends wechselt die Sonne in euer Partnerhaus, den feurigen Schützen. Für euch geht es dann verstärkt um eure Beziehungen. Allerdings wird diese Zeit etwas getrübt, weil eben Denker Merkur in eurem Partnerhaus ab dem 26. November rückläufig wird. In den folgenden drei Wochen müsst ihr besonders darauf achten, dass Absprachen in euren Beziehungen gut funktionieren, vor allem in der stressigen und oft intensiven Vorweihnachtszeit. Achtet darauf, den Familienkalender aktuell zu halten und sowohl eure Termine aus dem Freundeskreis als auch aus eurem Berufsalltag sorgfältig einzutragen. So vermeidet ihr Stress in der Familie und der Partnerschaft. Das waren eure Tendenzen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr gefühlvollen Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Für euch beginnt im November ein neues Kapitel in euren Beziehungen und eurem Lebensleben. Vielleicht gab es hier in letzter Zeit ein Hin und Her, doch jetzt fügt sich alles und die letzten Puzzleteile fallen an ihren Platz. Das schauen wir uns gleich genauer an. Vorher möchte ich euch noch auf meine aktuelle Rabattaktion aufmerksam machen und da geht es um den Blick in die Zukunft. Möchtet ihr wissen, wie 2025 die Sterne für euch stehen? Dann ist die persönliche Jahresvorschau als PDF genau richtig für euch. Hier erfahrt ihr, was euch in Liebe, Beruf und eurem inneren Wachstum erwartet. Ich deute auch euer Solarhoroskop. Das gibt euch wertvolle Einblicke in eure seelische Motivation und die kommenden Lebensthemen. Das alles bekommt ihr jetzt bis zum 22. November mit 10% Rabatt und der Gutschein-Code ist STERNE25. Folgt einfach dem Link hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes, um eure persönliche Jahresvorschau zu erhalten. Zu Beginn des Monats habt ihr wunderbare, unterstützende Energien, die ihr nutzen könnt, um eine großartige Halloween-Party mit euren Kindern oder anderen jungen Menschen in eurem Leben zu veranstalten. Direkt am 1. November bringt der Neumond im tiefgründigen Skorpion positive Einflüsse. Er aktiviert eure kreative Seite und öffnet euch für tiefe Emotionen. In einer Meditation könntet ihr Kontakt zu euren Ahnen aufnehmen oder eure künstlerische Seite frei ausleben. Ihr seid in diesen Tagen aber auch den ganzen Monat über sehr emotional. Deswegen ist es besonders wichtig, eure Gefühle und Bedürfnisse offen zu kommunizieren und achtsam mit euch selbst und eurem Umfeld umzugehen. Im Laufe des Monats kommt es allerdings zu einer stressigen Phase, die vor allem eure romantischen Beziehungen, aber auch andere wichtige Menschen in eurem Leben betrifft. Vielleicht wollt ihr ganz andere Dinge als euer Gegenüber und das kann zu Differenzen führen. Zum Glück wandert Venus, die Göttin der Liebe, ab dem 11. November in euer Partnerhaus. Sie hilft euch, Konflikte mit eurem Schatz, engen Freunden oder sogar eurem Chef harmonisch und konstruktiv zu lösen. Gleichzeitig könnten Singles jetzt aufregende Flirts erleben, denn Spannung muss nicht immer Stress bedeuten. Sie kann sich auch in einem erotischen Knistern äußern. Unruhe könnte im Freundeskreis zum Vollmond im kraftvollen Stier am 15. November aufkommen. Die Energie ist sehr intensiv und es könnten sich Konflikte zeigen. Versucht, diese nicht zu einem Grundsatzstreit ausarten zu lassen und denkt an die 90-Sekunden-Regel. Bis zum 19. November steht der Planet der Transformation Pluto ein letztes Mal in eurem Partnerhaus. Bevor er endgültig seine Koffer packt, um in den Wassermann weiterzureisen, stellt er euch noch einmal eine wichtige Frage, nämlich, ob eure Beziehungen auf einem stabilen Fundament gebaut sind. Danach wechselt er in die Lebensbereiche der Tiefe, Psychologie und Sexualität. Möglicherweise erlebt ihr jetzt neue sexuelle Abenteuer oder ihr beginnt eine Therapie, entweder allein oder gemeinsam mit einem verbindlichen Partner. Besonders spannend wird diese Zeit, wenn Pluto Aspekte zu eurer Sonne oder eurem Aszendenten bildet. Um das zu vertiefen, würde ich euch eine Beratung oder das große Pluto-Horoskop zum Nachlesen empfehlen. Am 21. November ändert sich die Energie deutlich, wenn die Sonne vom tiefgründigen Skorpion in den fröhlichen Schützen wechselt. Die Vorweihnachtszeit beginnt und ihr habt wahrscheinlich alle Hände voll zu tun, um euren Alltag zu organisieren und Einladungen, Weihnachtsfeiern sowie Besuche auf dem Weihnachtsmarkt unter einen Hut zu bringen. Das ist eine fröhliche Phase, die ihr genießen solltet, aber Vorsicht, Absprachen und Termine könnten jetzt etwas durcheinander geraten. Am 26. November wird nämlich Kommunikationsplanet Merkur rückläufig und sorgt vielleicht für Missverständnisse oder Planungsprobleme. Achtet besonders auf euren Kalender und tragt wichtige Termine wie die Weihnachtsfeier im Büro nicht nur im Geschäftskalender, sondern auch zu Hause ein, damit alle informiert sind. Gegen Ende des Monats kommt eine anspruchsvolle Phase auf euch zu, in der es darum geht, die richtige Balance zwischen euren Beziehungen und eurer Karriere zu finden. Vielleicht überschneiden sich Termine und es fällt euch schwer, es allen recht zu machen. Doch bis Anfang Dezember solltet ihr eine konstruktive Lösung gefunden haben. Das waren eure Tendenzen für den November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr mutigen Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten. Ab November weht ein völlig neuer Wind in eurem Liebesleben und auch anderen wichtigen Beziehungen. Doch vorher gibt es transformative Energien in eurem Heim oder in der Familie. Vielleicht steht ein Umzug oder eine Küchenrenovierung an. Schauen wir uns das gleich genauer an, aber vorher habe ich noch einen Tipp, wie es dann für euch weitergeht. Möchtet ihr wissen, wie 2025 die Sterne für euch stehen? Dann ist die persönliche Jahresvorschau als PDF genau richtig für euch. Hier erfahrt ihr, was euch in Liebe, Beruf und eurem inneren Wachstum erwartet. Ich deute auch euer Solarhoroskop. Das gibt euch wertvolle Einblicke in eure seelische Motivation und die kommenden Lebensthemen. Das alles bekommt ihr jetzt bis zum 22. November mit 10% Rabatt und der Gutscheincode ist Sterne25. Folgt einfach dem Link hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes, um eure persönliche Jahresvorschau zu erhalten. Der Monat beginnt für euch mit einer kuscheligen Phase. Vielleicht macht ihr es euch am Feiertag mit der Familie so richtig gemütlich und schaut ein paar schöne Zauber- oder Gruselfilme passend zu Halloween. Wenn ihr etwas Zeit für euch selbst findet, könnt ihr den Neumond im Skorpion am 1. November für eine Meditation nutzen und eurer Ahnen und der Familie, all jenen, die vor euch gekommen sind, gedenken. Falls es etwas gibt, was ihr verändern möchtet, sei es in eurem Zuhause oder eurer Wohnsituation, könnt ihr die Energie des Neumondes dafür gut nutzen. Einen deutlichen Energiewechsel werdet ihr spüren, wenn am 4. November Powerplanet Mars in euer Zeichen wandert. Er bleibt dann eine Weile bei euch, denn im Dezember wird er im Löwen rückläufig. Er unterstützt euch mit viel Energie, aktiviert euren Bewegungsdrang und versorgt euch mit Mut und Durchsetzungskraft. Wichtig ist, dass ihr in den nächsten Wochen bei aller Stärke die Empathie nicht vergesst. Bis zum 10. November habt ihr ein glückliches Händchen für Dates und Flirts. Singles sollten unbedingt ein aktives Treffen mit einer sportlichen Komponente planen. Auch Liierten tut es gut, gemeinsam Sport zu treiben und Spaß zu haben. Wie wäre es mit einem Besuch im Trampolin parkt oder beim Schwarzlicht-Mini-Golf. Falls ihr die neu gewonnene Energie auf ein weiteres Thema lenken möchtet, nutzt sie, um eure Karriere und beruflichen Perspektiven voranzutreiben. Der Vollmond im beharrlichen Stier am 15. November kann Unruhe in eure Büros bringen. Revoluzza Uranus ist hier stark aktiviert und macht uns alle ein bisschen nervös. Ein Projekt könnte früher starten als geplant und ihr müsst kurzfristig umdisponieren. Falls ihr auf der Suche nach einer beruflichen Neuausrichtung seid, könnt ihr diese Energie gut nutzen, denn Uranus fördert Eingebungen, Inspiration und alles Neue. Versucht, wichtige Termine bis zum 25. November zu erledigen, denn danach wird Kommunikationsplanet Merkur rückläufig, was zu Missverständnissen und Planungsproblemen führen kann. Transformationsplanet Pluto bezieht am 19. November nun endgültig sein neues Quartier in eurem Partnerhaus Wassermann. Für die nächsten 20 Jahre wird er nach und nach eure Beziehungen und sozialen Kontakte neu ordnen und strukturieren. Ihr werdet es besonders stark spüren, wenn Pluto Aspekte zu eurer Sonne oder eurem Aszendenten bildet. Spannungen in euren Beziehungen können auftreten, besonders wenn Sonne oder Aszendent in den ersten drei Graden des Zeichens Löwe stehen. Dann merkt ihr das als erstes. Fragen wie wo setze ich mich durch und wo gebe ich nach könnten euch jetzt aber auch langfristig beschäftigen. Dabei kann es zu Konflikten kommen, weil keiner so recht nachgeben will. Versucht, mit der 90-Sekunden-Regel zu arbeiten und euch nicht von euren Gefühlen überwältigen zu lassen. Doch zunächst wechselt die Sonne am 21. November in den optimistischen Schützen, was für die nächsten vier Wochen besonders günstig für euch ist. Eure Kreativität und euer Unternehmungsgeist werden geweckt. Und so wie ich euch kenne, ist eure Adventszeit von vielen privaten und geschäftlichen Feiern und Besuchen auf dem Weihnachtsmarkt geprägt. Aber Achtung, weil Merkur ab dem 26. November rückläufig ist, müsst ihr eure Vorweihnachtsaktivitäten ein bisschen gründlicher planen als sonst. Das waren eure Tendenzen für den November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr klugen Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Im November kommuniziert ihr besonders überzeugend und euer Verstand ist messerscharf. Gegen Ende des Monats könnte es zu Hause turbulent werden, weil euer Herrscher Merkur rückläufig wird und das spürt ihr meistens deutlich. Schauen wir uns das gleich genauer an, aber vorher habe ich noch einen Tipp für euch, wenn es um die Planung fürs neue Jahr geht. Möchtet ihr wissen, wie 2025 die Sterne für euch stehen? Dann ist die persönliche Jahresvorschau als PDF genau richtig für euch. Hier erfahrt ihr, was euch in Liebe, Beruf und eurem inneren Wachstum erwartet. Ich deute auch euer Solarhoroskop. Das gibt euch wertvolle Einblicke in eure seelische Motivation und die kommenden Lebensthemen. Das alles bekommt ihr jetzt bis zum 22. November mit 10% Rabatt und der Gutscheincode ist STERNE25. Folgt einfach dem Link hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes, um eure persönliche Jahresvorschau zu erhalten. Für alle von euch, die schamanisch arbeiten, beginnt der Monat spannend. Am 1. November haben wir den Neumond im tiefgründigen Skorpion, der sich hervorragend eignet, um mit Affirmationen oder Zaubersprüchen zu arbeiten. Falls ihr eine Neumond-Meditation abhalten wollt, reflektiert doch dabei eure Glaubenssätze, welche Einstellung ihr zu Liebe und Geld habt und wie manifestieren sich bestimmte Glaubensmuster in eurem täglichen Leben. Seid schonungslos ehrlich mit euch selbst, denn nur so könnt ihr wirklich etwas in eurem Leben verändern. Gerade die Novemberzeit ist toll für euch, wenn es um das Erforschen neuer Themengebiete geht, denn die Sterne schenken euch große mentale Stärke. In eurem Freundeskreis kann es im November immer mal wieder zu Spannungen kommen. Eure Rolle ist jetzt die des Vermittlers. Wahrscheinlich seid ihr selbst gar nicht beteiligt, aber ihr werdet gebeten, Konflikte zwischen Vereinskollegen oder in der Clique zu lösen, weil man sich nicht einig wird. Achtet dabei den ganzen Monat über auf eure eigene Energie. Ihr könntet ein größeres Bedürfnis nach Schlaf und Rückzug haben und seid anfälliger für Infekte. Geht nicht über eure Grenzen hinaus, denn es bringt niemandem was, wenn ihr euch für andere aufopfert und dann selbst krank werdet. Mitte des Monats erwarten euch unterstützende Tendenzen, wenn es um die Liebe und das Liebegeld geht. Für Singles, die auf der Suche nach einer Partnerschaft sind, können sich jetzt Möglichkeiten ergeben, jemanden kennenzulernen, zum Beispiel bei Sportaktivitäten oder künstlerischen Events. Für die Liierten wäre es eine schöne Idee, gemeinsam mit euren Lieblingsmenschen etwas Kreatives zu unternehmen. Auch für Investitionen wie zum Beispiel in Kunst ist die Zeit bis zum 21. sehr günstig. Am 15. November bringt der für euch sehr förderlich stehende Vollmond im sinnlichen Stier Reiselust mit sich. Vielleicht verspürt ihr Fernweh und sehnt euch gerade in der dunklen Jahreszeit nach weißen Stränden und exotischen Palmen. Verkürzt den Winter ein wenig und reißt in den Süden. Und wenn das nicht möglich ist, probiert doch ein neues Restaurant aus oder besucht eine Galerie. Der Vollmond kann Unruhe und Nervosität mit sich bringen. Interessante neue Impulse gleichen diese Energien wieder aus. Bevor die Sonne am 21. November in den optimistischen Schützen wechselt und euren Heim- und Familienbereich aktiviert, zieht Pluto am 19. November endgültig in den Wassermann. Die nächsten 20 Jahre wird er in eurem Gesundheitsbereich stehen und dafür sorgen, dass ihr euren Alltag und eure Arbeit in Frage stellt und neu ordnet. Doch vorher steht erstmal die Sonne im Schützen und lenkt den kosmischen Fokus auf eure Familien. Hier wird der Merkur ab dem 26. für drei Wochen rückläufig, was ihr besonders stark spüren dürftet. In dieser Zeit läuft vieles außerhalb der bekannten Normen. Dieses Jahr fällt die Rückläufigkeit in die Vorweihnachtszeit, weshalb ihr besonders achtsam bei Terminen und Absprachen und beim Organisieren von Weihnachtsfeiern sein solltet. Besonders in Bezug auf eure Kinder könnte es wichtig werden, Termine genau abzustimmen und alles gut zu notieren, damit es nicht zu Enttäuschungen kommt. Das waren eure Tendenzen für den November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr charmanten Vagegeborenen und Vage Aszendenten. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt für euch, besonders wenn es um eure Familie und euer Zuhause geht. Der schwierige Transit von Pluto in diesem Bereich endet. Stattdessen erhaltet ihr nun für die nächsten Jahre unterstützende Impulse. Doch vorerst geht es ums Liebegeld und auch in eurem Karrierebereich gibt es einiges zu erleben. Schauen wir uns das gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch für das neue Lebensjahr, in dem eure Beziehungen wichtiger werden als je zuvor. Möchtet ihr wissen, wie 2025 die Sterne für euch stehen? Dann ist die persönliche Jahresvorschau als PDF genau richtig für euch. Hier erfahrt ihr, was euch in Liebe, Beruf und eurem inneren Wachstum erwartet. Ich deute auch euer Solarhoroskop. Das gibt euch wertvolle Einblicke in eure seelische Motivation und die kommenden Lebensthemen. Das alles bekommt ihr jetzt bis zum 22. November mit 10% Rabatt und der Gutscheincode ist Sterne25. Folgt einfach dem Link hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes, um eure persönliche Jahresvorschau zu erhalten. Gleich zu Beginn des neuen Monats haben wir am 1. November den Neumond in eurem Nachbarzeichen Skorpion. Hier geht es für euch um euren Selbstwert aber auch ums Geld. Falls ihr mit einem der beiden Bereiche Schwierigkeiten habt, könnt ihr euch in einer Meditation zum Neumond damit auseinandersetzen. Habt ihr vielleicht unbewusste Glaubenssätze, die euch daran hindern, Geld in euer Leben zu ziehen? Der Neumond kann euch dabei helfen, neue positive Gedankenmuster rund um das Thema Geld und Selbstwert zu entwickeln. Im Laufe des Monats baut sich dann ein Spannungsfeld zwischen eurem Zuhause und eurem Job bzw. eurem öffentlichen Leben auf. Es kann sein, dass ihr sowohl privat als auch beruflich viel zu tun habt und Schwierigkeiten bekommt, alles unter einen Hut zu bringen. Diese Phase hält bis zum 18. November an und ich errate euch, einen kühlen Kopf zu bewahren. Lasst euch nicht frustrieren und arbeitet mit der 90-Sekunden-Regel. Dazu gibt es mehr Infos und sogar ein ganzes Video. Das habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Versucht offen zu kommunizieren, wenn es euch zu viel wird und erwartet nicht, andere von selbst merken, was ihr braucht. Der Vollmond am 15. November im beharrlichen Stier bringt vielleicht ein bekanntes, eventuell auch unangenehmes Thema noch mal auf den Tisch. Es liegt eine gewisse Nervosität in der Luft und Emotionen können jetzt tief reichen. Vielleicht gibt es Probleme mit einer Erbschaft oder jemand ändert plötzlich seine Meinung. Besinnt euch auf die Arbeit mit euren Glaubenssätzen vom Neumond. Die kann euch jetzt weiterhelfen. Vielleicht hilft auch einfach ein bisschen Geduld. Ab dem 19. November, wenn Pluto endgültig in den Wassermann wechselt, wird es für euch leichter. Dieser Wechsel ist für die nächsten 20 Jahre sehr günstig für euch. Pluto wird eure Kreativität fördern und auch den Umgang mit Kindern oder Enkeln positiv beeinflussen. Falls ihr einen Kinderwunsch habt, könnte diese Frage jetzt nochmal auf den Tisch kommen. Besonders wenn ihr die Sonne oder euren Aszendenten in den ersten Graden der November aus dem tiefgründigen Skorpion in den optimistischen Schützen wechselt. Für euch steht sie dann sehr günstig und macht euch kommunikativ charmant und unternehmungslustig. Wie jedes Jahr beschert euch die Adventszeit sicherlich wieder viele lustige Abende Feiern und Besuche auf dem Weihnachtsmarkt. Zum Ende des Monats ist es nochmal wichtig zu wissen, dass Kommunikationsplanet Merkur am 26. November rückläufig wird. Das kann dazu führen, dass ihr häufiger missverstanden werdet als sonst. Wenn ihr gerade für eine Prüfung lernt, seid ihr vielleicht auch etwas vergesslicher, als ihr das sonst kennt. Achtet besonders auf eure Termine und Absprachen, insbesondere rund um Weihnachtsfeiern, Marktbesuche und andere vorweihnachtliche Aktivitäten. Gerade bei der Planung mit euren Kindern oder der Familie solltet ihr sicherstellen, dass alle Termine richtig abgestimmt sind und nichts durcheinander gerät. Notiert alles gründlich, dann sollte nichts schief gehen. Das waren eure Tendenzen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo ihr tiefschürfenden Skorpiongeborenen und Skorpion Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im November Geburtstag habt. Für euch beginnt nicht nur ein kraftvolles neues Lebensjahr mit der Sonne in eurem Zeichen, sondern es erwartet euch auch euer persönlicher Beziehungsvollmond. Gleich schauen wir uns das genauer an, doch vorher habe ich noch einen tollen Tipp für euch, falls ihr noch ein Geburtstagsgeschenk braucht, am besten für euch selbst. Möchtet ihr wissen, wie 2025 die Sterne für euch stehen? Dann ist die persönliche Jahresvorschau als PDF genau richtig für euch. Hier erfahrt ihr, was euch in Liebe, Jahrhoroskop. Das gibt euch wertvolle Einblicke in eure seelische Motivation und die kommenden Lebensthemen. Das alles bekommt ihr jetzt bis zum 22. November mit 10% Rabatt und der Gutscheincode ist Sterne25. Folgt einfach dem Link hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes, um eure persönliche Jahresvorschau zu erhalten. Der neue Monat beginnt besonders kraftvoll für euch. Nicht nur, weil ihr wahrscheinlich euren besonderen Feiertag Halloween zelebriert, sondern auch, weil der Neumond in eurem Zeichen direkt am 1. November stattfindet. Für euch heißt das, jetzt die Weichen für euer neues Lebensjahr zu stellen und euch darauf zu besinnen, wie ihr die kommenden 12 Monate gestalten wollt. Verbindet euch doch in einer Meditation mit der Version von euch, die ihr in 12 Monaten sein wollt. Am besten ihr schreibt das sogar auf. Nutzt auf jeden Fall die Energie und die freien Tage bis zum 3. November, denn danach beginnt eine stressige Phase, insbesondere im Job und in der Familie. Es ist gut möglich, dass ihr mehr Verantwortung für ein Projekt übernehmen müsst oder im Büro stärker gefordert seid, was auf Kosten eurer Familie gehen könnte. Hier könnten Spannungen zwischen euren beruflichen Zielen und den Erwartungen eurer Lieben entstehen. Ihr solltet jetzt zwar berufliche Chancen nutzen, aber ihr werdet parallel auch das Bedürfnis verspüren, es eurer Familie recht zu machen. Dieses Spannungsfeld könnte euch eine Weile begleiten, weil sich manchmal nicht sofort eine Lösung findet. Neben Job und Familie richtet sich das kosmische Scheinwerfer Licht auch auf eure Beziehungen und zwar am 15. November, wenn der Vollmond in eurem Partnerhaus dem sinnlichen Stier steht. Das kann ziemlich intensiv werden und eingefahrenen Situationen neuen Schwung verleihen. Plötzlich ergeben sich vielleicht Lösungen, die ihr gar nicht für möglich gehalten habt. Allerdings liegt auch eine gewisse Unruhe und Gereiztheit in der Luft. Das betrifft vor allem eure romantischen Partnerschaften, aber auch andere wichtige Beziehungen in eurem Leben. Wenn ihr die Anspannung nicht durch heiße Erotik abbauen könnt, dann versucht, die 90-Sekunden-Regel anzuwenden, um nicht überstürzt zu handeln. Vielleicht gibt es auch Diskussionen um eure Geburtstagsfeier und wie ihr sie gestalten wollt. Am Ende ist es wichtig, einen guten Kompromiss zu finden, der sowohl eure eigenen Bedürfnisse als auch die Erwartungen eurer Mitmenschen berücksichtigt. Auch für die nächsten Jahre wird das eine zentrale Frage sein, denn ein weiterer wichtiger Wechsel steht bevor. Am 19. November wird euer Herrscher Pluto endgültig in euren Heimatbereich wechseln und dort die nächsten 20 Jahre verweilen. Vielleicht bemerkt ihr davon zunächst noch nichts, aber besonders spannend sind die Jahre, in denen ihr direkte Aspekte mit euren Planeten bildet. Wenn euer Aszendent oder andere wichtige Planeten auf den ersten drei Graden des Skorpions stehen, dann spürt ihr es wahrscheinlich bereits. Am 21. November wandert die Sonne in euer Nachbarhaus, den großzügigen Schützen und aktiviert damit euren Finanzbereich. Verjubelt aber trotzdem nicht euer Geld, denn die nächsten Wochen sind für Investitionen und Geldanlagen nicht so günstig, weil Kommunikationsplanet Merkur ab dem 26. November rückläufig wird und Haus. Es ist daher in den nächsten Wochen besonders wichtig, euer Geld zusammenzuhalten und größere Ausgaben insbesondere für Weihnachtsgeschenke gut zu durchdenken. Geht sorgsam einkaufen und achtet darauf, nicht zu viel auszugeben. Denkt auch daran, dass Lieferungen oder Bestellungen möglicherweise länger dauern als gewohnt. Also kauft nicht alles auf den letzten Drücker. Das waren eure Tendenzen für den November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo ihr abenteuerlustigen Schützegeborenen und Schütze Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im November Geburtstag habt. Zu Beginn des neuen Monats gibt es vielleicht noch ein paar Dissonanzen mit euren Lieben, aber spätestens wenn die Sonne in euer Zeichen wechselt, beginnt eure persönliche Partysaison. Falls ihr noch Inspirationen für eure Geburtstags Möchtet ihr wissen, wie 2025 die Sterne für euch stehen? Dann ist die persönliche Jahresvorschau als PDF genau richtig für euch. Hier erfahrt ihr, was euch in Liebe, Beruf und eurem inneren Wachstum erwartet. Ich deute auch euer Solarhoroskop. Das gibt euch wertvolle Einblicke in eure seelische Motivation und die kommenden Lebensthemen. Das alles bekommt ihr jetzt bis zum 22. Sterne 25. Folgt einfach dem Link hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes, um eure persönliche Jahresvorschau zu erhalten. Gleich zu Beginn des neuen Monats haben wir den Neumond in eurem Nachbarzeichen Skorpion am 1. November. Wenn ihr schamanisch arbeitet, ist das eine super Gelegenheit, um euch mit den Kräften der anderen Seite des Schleiers zu verbinden. Schließlich ist auch Halloween. Und auch für alle anderen könnte es rund um diesen Tag sehr intensive Träume geben oder wichtige Zeichen des Universums. Geht achtsam durch euren Tag und vielleicht empfangt ihr auch wichtige Botschaften für euer Leben. Bis zum 10. November habt ihr Liebesgöttin Venus noch auf eurer Seite und für Projekte, Präsentationen und andere wichtige Termine ist das die beste Phase im Monat. Venus gibt euch jetzt die notwendige Unterstützung, denn es liegt einiges an Spannung in der Luft und euer Schatz oder andere wichtige Menschen in eurem Leben sorgen vielleicht für ein bisschen Trubel. Achtet gut auf eure Worte. Ihr könnt jetzt mit eurer sehr direkten und wahrheitsliebenden Art schneller Menschen verletzen, als euch vielleicht lieb ist. Euer Wunsch in die Ferne zu reisen wird ebenfalls größer. Ihr habt jetzt vielleicht das Problem, dass es in Deutschland dunkel, kalt und stressig ist und ihr am liebsten eure Koffer packen und an einen fernen Strand reisen würdet. Vielleicht schafft ihr ja einen Kompromiss. Wenn es nicht gleich der Urlaub in der Ferne werden kann, vielleicht gelingt es euch wenigstens einen Tag in eine nahegelegene Therme zu fahren oder in einem schönen Spa zu entspannen. Gerade wenn wir uns auf den Vollmond im sinnlichen Stier am 15. November hin bewegen, könnte eure innere Unruhe und Anspannung steigen. Vielleicht wollt ihr dann einfach nur raus aus dem Alltag. Versucht auf jeden Fall Zeit für euch zu finden und zieht euch ein bisschen zurück. Eure Nerven werden es euch danken. Nutzt die Tage rund um den Vollmond um eure Batterien wieder aufzuladen, denn schon kurze Zeit später ändert sich die Energie deutlich und für eine Vollmond Meditation würde sich die Verbindung zwischen Spiritualität und körperlicher Gesundheit sehr gut eignen. Am 19. November wechselt Transformationsplanet Pluto endgültig in den Wassermann und steht mit seiner leichteren und zukunftsorientierten Energie nun deutlich besser zum Schützezeichen. Gerade wenn ihr wichtige Planeten oder sensitive Punkte habt, werdet ihr das deutlich spüren. Nur zwei Tage später am 21. November um genau 20. 56 wechselt die Sonne dann in euer Zeichen und leitet damit die hoffnungsvolle optimistische Adventszeit ein. Neben besinnlichen Phasen geht es jetzt vor allem darum Firmenfeiern fröhliche Abende mit Freunden und Weihnachtsmarkt Besuche zu organisieren. Doch Vorsicht ihr könntet euch jetzt schneller verzetteln als sonst denn Kommunikationsplanet Merkur wird am 26. November rückläufig und das bei euch im Zeichen. Das bedeutet für euch, dass ihr die Rückläufigkeit dieses Mal besonders stark spüren werdet. Für die nächsten drei Wochen würde ich euch wenn möglich davon abraten Verträge zu unterschreiben oder Vereinbarungen zu treffen. Gleichzeitig ist es wichtig eure Gedanken und Termine im Auge zu behalten und alles sorgfältig zu notieren damit diese Phase möglichst stressfrei über die Bühne geht. Bleibt entspannt und positiv und schreibt eure Termine vielleicht nicht nur in euren geschäftlichen sondern auch in den Familienkalender. Das waren eure Tendenzen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo ihr fleißigen Steinbock Geborenen und Steinbock Aszendenten Freut euch auf einen produktiven Monat und als Sahnehäubchen bekommt ihr ab dem 11.11. Besuch von Liebesgöttin Venus Zeit in die Charme Offensive zu gehen. Mehr zu euren guten Chancen und wo ihr trotzdem achtsam sein müsst schauen wir uns gleich an. Vorher habe ich noch einen Tipp wie ihr euch aufs neue Jahr vorbereiten Möchtet ihr wissen wie 2025 die Sterne für euch stehen dann ist die persönliche Jahresvorschau als pdf genau richtig für euch hier erfahrt ihr was euch in Liebe Beruf und eurem inneren Wachstum erwartet ich deute auch euer Solarhoroskop das gibt euch wertvolle Einblicke in eure seelische Motivation und die kommenden Lebensthemen das alles bekommt ihr jetzt bis zum 22. November mit 10% Rabatt und der Gutscheincode ist Sterne25 folgt einfach dem Link hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes um eure persönliche Jahresvorschau zu erhalten genießt den Neumond im Skorpion gleich am 1. November der steht in eurem Haus der Freundschaft nutzt doch das lange Wochenende um euch mit guten Freunden zu treffen und etwas Schönes zu unternehmen ihr könntet zum Beispiel in einer gemeinsamen Neumond Meditation starten und wenn ihr euch neue Freunde wünscht ist der Neumond wunderbar um das mit einer Meditation oder einem Ritual zu besiegeln am 4. November beginnt der neue Mars Transit durch den Löwen damit geht der Kampfplanet aus der direkten Spannung zur Steinbock Sonne raus und vieles wird sich jetzt weniger anstrengend gestalten wenn ihr in den letzten Tagen des Steinbocks Geburtstag habt hält die Anspannung wahrscheinlich noch bis Mitte November an lasst euch nicht provozieren die meisten Planeten stehen günstig für euch und so könnt ihr ab dem vierten in einen produktiven Monat starten und vergnügt euren Projekten und eurer Arbeit nachgehen es sollte vieles rund laufen ihr könnt Erfolg haben und euer Einsatz kann sich auch finanziell lohnen falls ihr mit einem gesundheitlichen Problem zu kämpfen habt ist die zeit bis zum 26 november günstig um arzttermine gelder oder hilfsmittel zu bekommen die euch von seiten der krankenkasse zustehen ab dem 11 november könnte euer interesse mehr und mehr in richtung liebe und selbst fürsorge gehen denn dann bekommt ihr besuch von liebesgöttin venus das ist toll um Schönheits und welnesstermine zu machen um sich mit freundinnen zu treffen um shoppen zu gehen und nicht zuletzt um zu flirten wenn ihr single seid drei wochen hält diese tolle zeit an und dann habt ihr eine unwiderstehliche ausstrahlung gleichzeitig sinnlich und seriös andere spüren dass sie sich auf euch verlassen können freut euch außerdem auf einen kuscheligen vollmond im stier am 15 november lasst euch darauf ein und die singles sollten jetzt jede gelegenheit nutzen auszugehen und sich zu amüsieren es warten prickelnde begegnungen und gelegenheiten vielleicht auch ganz unerwartet es ist auch ein toller vollmond für ein wunsch ritual was würde euer herz aufblühen lassen wünscht es euch und sendet euren brief ans universum bleibt dabei offen für überraschungen auch in den Tagen danach können also bleibt flexibel den 19 november solltet ihr rot im kalender eintragen dann verlässt pluto endgültig den steinbock und kann keinen druck mehr auf euch ausüben nun wird er für 20 jahre die wassermann gefilde transformieren es kann allerdings sein dass ihr dort auch planeten habt mehr darüber würde euch das große pluto horoskop verraten ab dem 21 november abends wandert die legt euer traumtagebuch bereit achtsam sein müsst ihr ab dem 26 und bis zum monatsende da könnte es eine krise in eurem zuhause geben und ihr müsst vielleicht zurückstecken und euch vielleicht um einen familienmitglied kümmern oder jemandem aus der familie finanziell aushelfen achtet dabei auf missverständnisse denn merkur wird jetzt rückläufig gleichzeitig scheint es im beruf zu brennen vielleicht weil eine vorgesetzte schwanger wird und ausfällt es könnte also etwas stressig werden zum monatsende aber ihr steinböcke bekommt das insgesamt bestimmt gut gemanagt das waren eure tendenzen im november ich wünsche euch alles gute mit den sternen hallo ihr zukunftsorientierten wassermann geborenen und wassermann aszendenten endlich ist die zeit des hin und her vorüber und Pluto beginnt endgültig seine Kraft das macht euch zu den heldinnen und helden der neuen luftepoche ich hoffe ihr freut euch auf diese einmalige reise doch im november liegt der fokus erst mal auf eurer karriere und den beziehungen wenn ihr ein bisschen mehr orientierung braucht könnte meine aktuelle aktion außerdem ein heißer tipp für euch sein möchtet ihr wissen wie 2025 die sterne für euch stehen dann ist die persönliche was euch in liebe beruf und eurem inneren wachstum erwartet ich deute auch euer solar horoskop das gibt euch wertvolle einblicke in eure seelische motivation und die kommenden lebensthemen das alles bekommt ihr jetzt bis zum 22 november mit 10 prozent rabatt und der gutscheincode ist sterne 25 folgt einfach dem link hier auf der infokarte oder unten in der video beschreibung beziehungsweise den der november bringt euch sowohl im privaten als auch im öffentlichen leben viel bewegung und es wird auf jeden fall sehr aufregend wir beginnen direkt am ersten november mit dem neumond im transformativen skorpion hier wird euer berufungspunkt im horoskop aktiviert und es ist ein guter zeitpunkt um euch gedanken über den weg eurer seele zu machen übt ihr einen beruf aus den ihr wirklich liebt steht ihr mit vollem herzen dahinter dann könnt ihr den neumond hervorragend nutzen um in einer meditation noch tiefer zu gehen solltet ihr allerdings an eurem weg zweifeln könnten diese zweifel jetzt größer werden und euch vielleicht dazu motivieren euch nach einem anderen weg umzusehen für euch beginnt jetzt eine sehr transformative phase und es würde mich nicht wundern wenn ihr euren job infrage stellt auch in euren beziehungen verändert sich die energie und es kommt mehr schwung in eure aktivität und eure partnerschaften für alle singles ist es eine tolle zeit zum flirten und für dates aber gleichzeitig liegt auch eine gewisse anspannung in der luft diese werden vor allem die jenigen unter euch spüren die in festen beziehungen sind die anspannung kann sich jedoch auch in anderen beziehungen zeigen vielleicht gibt es stress mit eurer besten freundin oder einen konflikt mit eurem chef ihr könntet euch jetzt uneinig sein und das kann eine weile anhalten gemeinsame lösungen zu finden wird nun etwas schwieriger und manchmal hilft es einen schritt zurück zu treten und die dinge aus einer anderen perspektive zu betrachten versucht rund um die monatsmitte ausreichend raum für rückzug zu stier der aber auch den nervösen uranus aktiviert daher wirkt die bodenständige energie des stiers nicht so stark wie sonst und ihr könntet in eurem zuhause oder in der familie eine nervöse stimmung wahrnehmen mit meditation und stille am besten macht ihr einen langen spaziergang allein im wald könnt ihr euch gut erden und zentrieren diese erdung könnt ihr gut brauchen denn am 19. november wechselt transformationsplanet pluto endgültig in euer zeichen für die nächsten 20 jahre werdet ihr im fokus seiner wandlungs energie stehen das kann an manchen stellen sehr intensiv werden besonders wenn pluto direkte aspekte zu eurer sonne oder eurem aszendenten bildet um das herauszufinden könnt ihr das große pluto horoskop in anspruch nehmen und schaut euch doch dazu auch nochmal mein video die macht der freiheit über pluto im wassermann an die energie wird leichter wenn sich die sonne am 21 november vom tiefgründigen skorpion in den optimistischen schützen bewegt für euch endet damit die stressige phase im job und ihr könnt euch jetzt mehr auf euren freundes kreis und eure vereine konzentrieren allerdings wird hier kommunikationsplanet merkur am 26 rückläufig deshalb seid was eure termine und absprachen für weihnachtsmärkte und anstehende feiern betrifft es besteht die tendenz termine doppelt zu vergeben und da solltet ihr jetzt besonders aufpassen um enttäuschungen zu vermeiden das waren eure tendenzen für den november ich wünsche euch alles gute mit den sternen hallo ihr sensiblen fischegeborenen und fische aszendenten ihr empfangt zum monatsbeginn angenehme energien im idealfall seid ihr auf reisen und erfreut euch an sonne und meer falls nicht solltet ihr eure koffer packen oder zumindest einen tag in der therme oder im spa verbringen das wird euch richtig gut tun ende des monats wird es wohl etwas stressig mit dem jahresabschluss aber bis dahin solltet ihr öfter mal relaxen wer dafür noch nach spannender lektüre sucht für den habe ich einen interessanten tipp möchtet ihr wissen wie 2025 die sterne für euch stehen dann ist die persönliche jahresvorschau als pdf genau richtig für euch hier erfahrt ihr was euch in liebe beruf und eurem inneren wachstum erwartet ich deute auch euer solar horoskop das gibt euch wertvolle einblicke in eure seelische motivation und die kommenden lebensthemen das alles bekommt ihr jetzt bis zum 22 november mit 10 prozent rabatt und der gutscheincode ist sterne25 folgt einfach dem link hier auf der infokarte oder unten in der video beschreibung beziehungsweise den show notes um eure persönliche jahresvorschau zu erhalten ihr startet mit einem wundervollen neumond im tiefgründigen skorpion gleich am 1. november wahrscheinlich empfindet ihr diese energie als besonders förderlich und könnt euch in einer neumond meditation hervorragend mit dem kollektiv verbinden euer feines gespür ist wahrscheinlich geweckt und wenn ihr es gerade nicht in den urlaub schafft dann versucht trotzdem zeit in der nähe eines gewässers zu verbringen ein spaziergang um den see oder ein tag in der therme können wahre wunder bewirken die ersten drei novembertage sind die besten für euch im ganzen monat also nutzt sie um eure kreativen projekte voranzubringen euch um beziehungen zu kümmern oder aufgaben anzugehen vor denen ihr euch vielleicht etwas drückt wie zum beispiel die steuererklärung oder einen unangenehmen anruf wer hingegen das ideale zeitfenster sucht um einen neuen sportplan oder eine neue morgenroutine zu integrieren sollte die zeit nach dem 4. november ins auge fassen dann habt ihr vielleicht richtig lust euer training zu intensivieren bevor die glühwein- und plätzchenzeit beginnt die sterne stehen auch günstig für eine kleine fastenkur gegen mitte des monats baut sich eine intensive energie auf die eventuell einen kleinen flirt im freundeskreis oder im büro bringt für alle singles ist das eine großartige zeit vielleicht lernt ihr jemanden ganz besonderes kennen diejenigen unter euch die in einer festen beziehung sind sollten allerdings etwas vorsichtiger sein damit es nicht zu missverständnissen kommt am 15 november haben wir den vollmond im sinnlichen stier der eigentlich günstig für euch steht jedoch herrscht auch eine große unruhe und nervosität ihr könntet jetzt etwas hektisch werden was sich besonders in euren worten und gedanken zeigt gedankenspiralen könnten euch belasten daher solltet ihr rund um den vollmond zeit für meditation und rückzug einplanen um gut durch diese tage zu kommen kreatives schreiben kann euch jetzt besonders dabei helfen in eurer emotionalen mitte zu bleiben ein paar tage später wechselt transformationsplanet pluto endgültig in den zukunftsorientierten wassermann und bleibt dort die nächsten 20 jahre dann geht es für euch vor allem um euren inneren schamanen und um eure visionen die wahrscheinlich in den kommenden jahren immer stärker werden eure natürliche empathie wird sich weiter verstärken und verfestigen die allgemeine energie wird leichter wenn die sonne nach vier wochen im introvertierten skorpion am 21. november in den fröhlichen schützen wechselt das aktiviert den beruf und berufungsbereich in eurem horoskop wahrscheinlich stapeln sich jetzt die aufgaben auf eurem schreibtisch und ihr verbringt viel zeit bei der arbeit das kann frustrierend sein weil ihr wahrscheinlich auch noch die weihnachtsfeiern und weihnachtsmarkt besucher organisieren müsst außerdem wird es etwas komplizierter weil merkur ab dem 26. november in eurem jobbereich rückläufig wird in kombination mit den letzten jahresprojekten könnte das für frust sorgen vielleicht will ein kunde noch eine änderung oder eine abnahme verzögert sich bewahrt die nerven und lasst euch davon nicht unterkriegen bis das jahr wirklich zu ende ist wird sich alles fügen das waren eure tendenzen im november ich wünsche euch alles gute mit den sternen zum schluss kommt hier noch mein service teil mit tipps und neuigkeiten wenn ihr euch mehr infos und tiefere einblicke in euer horoskop wünscht habt ihr verschiedene möglichkeiten ihr könnt entweder eins meiner pdf horoskope bestellen die auf eure persönlichen geburtsdaten erstellt werden oder eine beratung bei mir buchen wenn ihr euch gerne täglich mit mir und meinem team und vielen tollen mitgliedern austauschen möchtet dann kommt zu mir in die community egal ob ihr astrologische laien seid oder schon ganz viel ahnung habt bei uns herrscht ein fantastischer austausch über viele spannende themen und natürlich unsere geburtshoroskope alle infos zu meinen produkten und zur community findet ihr unten in der video beschreibung beziehungsweise im podcast in den show notes kennt ihr schon meine wochenhoroskope da gehe ich jede woche ausführlich auf alle konstellationen und zeichen wechsel ein damit ihr immer auf dem laufenden seid welche kosmischen energien auf uns wirken schaut doch da unbedingt mal rein am besten ihr abonniert meinen kanal damit ihr kein video mehr verpasst das kanalabo braucht ihr auch um am gewinnspiel teilzunehmen und diesmal verlose ich das wundervolle persönliche geburtshoroskop als pdf außerdem postet mir hier bitte noch einen netten kommentar und berichtet mir gern wie die konstellationen auf euch wirken wer gewonnen hat das erfahrt ihr im monatshoroskop dezember und hier könnt ihr meinen kanal abonnieren und vergesst auch nicht das glöckchen für die benachrichtigungen unbedingt empfehlen möchte ich euch mein video über pluto im wassermann die macht der freiheit und hier findet ihr außerdem mein aktuelles wochenhoroskop danke für euer interesse ich wünsche euch alles gute mit den sternen